Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich war jetzt leider etwas länger nicht aktiv auf YouTube, hat keinen bestimmten Grund. Ich hatte einfach keine Zeit, keine Motivation und ja, in der Zeit hat sich aber einiges angesammelt und deswegen starten wir jetzt gleich wieder mit einem Haul durch und es sind tolle Sachen dabei. Und ja, ich hoffe ihr freut euch und bleibt dran und jetzt starten wir mit den ersten Produkten. Ja und ich würde sagen, wir starten gleich mit dem hier und zwar ist es ein Gewinnspielpreis, den ich gewonnen habe, bei der lieben Sarah auf dem Kanal Sarah Sensitiv. Ich verlinke euch den hier oben einmal. Schaut auf jeden Fall bei der Lieben Maus vorbei, sie macht ganz, ganz tolle Videos. Und ja, sie hat mir noch ein paar, also das kleine Paketchen hier ist ein Goodie im Endeffekt. Da hat sie mir einfach drei Duplos dazu gegeben, dann so eine Peel-off-Maske von Balea und noch eine Maske von, was muss ich noch aufmachen, kann ich nicht lesen. Also ich kann es nicht genau lesen, von wem diese Maske hier ist. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Scheint eine Tugmaske zu sein. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und sie hat mir auch ja einen Brief dabei gelegt. Genau, dass sie sich freut, dass ich bei dem Giveaway mitgemacht habe und gewonnen habe. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Box rein. Ich habe schon mal reingeguckt und ich muss sagen, ich hätte sie mir selber nie gekauft. Weil ich es einfach trotzdem etwas teuer finde. Und ich bin jetzt auch nicht der allzu größte Fan von Bilou-Produkten. Ja, aber das ist hier die Karte, die oben drauf liegt. Da könnte man jetzt theoretisch was draufschreiben, wenn man das verschenken möchte. Was natürlich auch für Weihnachten mit Sicherheit nicht schlecht ist. Und so sieht das dann hier innen drin aus. Also wir haben jetzt zwei verschiedene Düfte drin. Einmal Pink Sparkle mit cremiger Duschschaum. Und ein Pflegeschaum. Ich hole die mal schnell raus. Und Silver Sparkle. Genauso Duschschaum und Cremeschaum. Und dann haben wir hier noch ein Handtuch drin. Und also da muss ich sagen, das ist richtig groß. Also es ist ein schönes, großes Handtuch. Und das ist von der Marke Fossen. Also ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber die sind eigentlich nicht schlecht von der Qualität her. Und ja, da hat man ein schönes, großes Duschtuch, was ich auf jeden Fall für den Preis schon mal richtig cool finde. Und dann haben wir einmal hier diese Silver Düfte. Ja, man kann jetzt so nicht viel rausriechen. Das muss man einfach ausprobieren. Und genauso bei den Pink Sparkle. Ich denke, das wird ein bisschen fruchtiger riechen. Ja, also wie es genau duftet, finde ich, kann man erst unter der Dusche feststellen. Bleiben wir bei der Drogerie. Gehen wir zur Badewanne. Und da habe ich mir dieses tolle Teilchen hier mitgenommen. Tee bei Tete Sepp, Bratapfel, Zimt, gebrannte Mandeln. Meine Kuschelzeit. Sieht so aus. Und Leute, das riecht so mega geil nach Weihnachten. Ach, der Duft ist der Wahnsinn. Ganz, ganz toller Duft. Und freue ich mich auf jeden Fall schon, den mit in die Badewanne zu geben. Ja, eine Seife dufte mal wieder mit. Da gab es 20-fach Punkte bei Pape Back. Und da habe ich mir die Palmolive mitgenommen. Die Aloe Vera Hygiene Plus. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Die hatte ich nämlich noch nicht. Von Rosens habe ich mir wieder mitgenommen mein Rosenwasser. Das andere ist fast leer. Deswegen dufte das hier auch wieder mit. Und die sind mittlerweile auch günstiger geworden bei DM. Ich glaube, die kosten jetzt keine 14,95 mehr, sondern nur noch 13,95. Von New habe ich mir zwei Produkte mitgenommen. Und zwar Cookie in the Jar. Die haben so toll geduftet. Und ich fand die, ich hatte doch schon mal dieses Geschenkset, wo diese kleinen Größen drin waren. Und ich fand die Spülung und das Shampoo richtig gut. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal die zwei hier mit. Ja, vom Glove habe ich mir hier diesen Gesichtreinigungs-Handschuh mitgenommen. On the go. Da habe ich mir zwei Stück mitgenommen. Die waren im Abverkauf für 1,55 Euro. Und ich habe mir gedacht, jetzt probiere ich die auch mal aus. Das ist im Endeffekt hier so ein kleiner Handschuh. Ich habe den auch schon in Verwendung. Und ich muss echt sagen, das ist der Wahnsinn, wie gut Make-up und Mascara runtergeht, obwohl man den nur mit Wasser angefeuchtet hat. Ganz, ganz toll. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Mit dem geht es so super. Und der ist im feuchten Zustand so schön weich. Der kratzt die Haut nicht über die Haut. Finde ich ganz, ganz toll. Und ja, ich schaue mal, ob ich es bei uns in DM noch finde. Dann würde ich mir nochmal ein paar holen, weil ich finde die echt genial. Ja, dann war ich letztens bei Müller und habe mir von Dresden Essence eine Duschgel mitgenommen, obwohl ich mir kein Duschgel kaufen will. Aber ich mag diese zitrischen Düfte in der Früh einfach sehr, sehr gerne. Und da durfte was Winterliches mit, und zwar Lichterglanzdusche mit traumhaft magischem Duft. Ist halt jetzt für den Winter so eine Limited Edition. Und das riecht so, so gut. So ein schöner, warmer, fruchtiger Duft mag ich sehr, sehr gerne. Ja, und dann hatten wir diese Woche eine Weihnachtsfeier von unserer Firma aus. Und da hat jeder so ein kleines Geschenk bekommen. Das konnte man sich selber aussuchen. Es war eingepackt. Und ich habe mir an der Form schon gedacht, dass es in die Richtung gehen könnte. Und ja, ich habe dieses Geschenkset hier bekommen. Auch von Dresden Essence. Und da ist das gleiche Duschgel nochmal drin. Hier ist einmal nochmal dieses Duschgel drin. Hätte ich das gewusst, hätte ich das andere nicht gekauft. Aber woher soll man sowas wissen? Und ja, passend dazu gibt es aber jetzt eine Bodylotion, und zwar Lichterglanzbodylotion mit einem praktischen Pumpspender, was ich auch super toll finde. Es gibt in der Packung ein Badesalz. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal, und ich mag das einfach zu Weihnachten. Tja, freue ich mich drüber. Und eine Kerze ist noch dabei. Und die riecht so schön zimtig, weihnachtlich, ganz, ganz toll. Und es ist hier so ein schönes, großes Teelicht, was man sich anmachen kann, in die Badewanne gehen kann. Das Duschgel rein, äh, das Duschgel rein, sage ich schon. Das Badesalz rein. Und ja, dann danach mit der tollen Bodylotion auch noch eincremen. Ja, ja, mein Duschgelverbot, was heißt Verbot, ähm, das hat mich aber sehr, sehr angesprochen. Und ich bin ein paar Mal dran vorbeigegangen, aber letztendlich wollte ich es mir doch holen. Und das ist dieses, ähm, Duschmus hier, oh dear, Duft von warmer Vanille und Tonkabohne. Und das ist so ein toller Duft. Und ich habe den schon ausprobiert. Typisch für Nivea, einen richtig schönen weichen Schaum, gefällt mir richtig gut. Die Vanille und die Tonkabohne, das ist so ein schöner Duft, passt genau in den Winter. Und ja, das Packaging ist halt einfach ein Traum. Damit kriegt man mich natürlich immer. Aber, ja, der musste mit und ich habe viele andere stehen lassen, die mich wirklich angesprochen haben. Also da muss ich sagen, da reiße ich mich momentan doch schon sehr zusammen. Ja, im Ausverkauf bei DM habe ich mir diese zwei Masken hier mitgenommen. Das ist einmal Ginsengberry, ähm, ich glaube so eine Anti-Aging-Maske soll das sein, ähm, zum Folten auffüllen mit diesem süßen kleinen Bärchen hier drauf. Und einmal Propolis Rose Colors Mask, äh, für, ähm, Feuchtigkeit und Glanz. Das ist diese hier mit dieser süßen Biene drauf, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie die hier so sind. Und es duften noch zwei Masken mit und zwar diese hier. Ähm, bei Balea haben es mal wieder geschafft, hier eine Tuchmaske rauszubringen mit diesem süßen Rehgesicht drauf. Tuchmaske BeCute, beruhigende Pflege mit Haargebotenextrakt für jeden Haarauttypen. Und einmal die Tuchmaske BeFoxy, erfrischende Pflege mit Kastanienextrakt, ja. Und die zwei mussten einfach mit, weil mich das Design einfach mega angesprochen hat. Ja, dann habe ich noch, ähm, vier Produkte, die ich schon etwas länger habe, wo ich echt hinterhergerannt bin. Ich glaube, da ist wirklich jeder hinterhergerannt. Und zwar, ähm, die Hatice Schmidt Collection von Love. Da habe ich einmal die Wimpern Berlin, die Wimpern Istanbul, sind diese hier. Ähm, die muss ich auf jeden Fall noch ausprobieren, um zu testen, ob sie mir gefallen oder nicht. Sind natürlich schon sehr, ähm, ja, extravagante Wimpern, würde ich sagen. Also es ist jetzt nichts für den Alltag, meiner Meinung nach. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Und, ähm, es dufte auch der Hatice Schmidt Bronzer mit. Den verwende ich auch schon fleißig, wie man hier sehen kann. Und ja, mag ich richtig gerne. Und wenn der Restock kommt, nächstes Jahr werde ich mir hier auf jeden Fall nochmal ein Backup sichern. Weil den finde ich echt schön von der Farbe her. Und das letzte Produkt aus dieser Collection ist natürlich die Palette. Mit der muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nicht so viel rumgespielt. Ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sie hat richtig schöne Farben. Sieht so aus. Und so sieht das Ganze hier von innen aus. Und was ich auf jeden Fall jetzt schon verwendet habe, sind diese Brauntöne. Also, ähm, diese hier. Den hier. Die farbigen Töne habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht verwendet. Mit denen muss ich einfach nochmal ein bisschen spielen. Ähm, aber so die Farben gefallen mir richtig, richtig gut. Und ich freue mich schon, mit der einfach mal ein bisschen rumzuexperimentieren. Aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele neue Paletten bekommen. Was heißt bekommen? Ich habe sie mir zugelegt, weil sie mich einfach alle angesprochen haben. Und ja, deswegen ist die hier noch ein bisschen zu kurz gekommen. Aber, wie gesagt, demnächst wird die hier auf Herz und Nieren getestet. Und ja, auch hiervon wird es im nächsten Jahr ein Restock geben. Das hat der Hatice und Love angekündigt. Und ich glaube, da werden sich einige drüber freuen. Und einige werden sich auch nochmal Backup sichern, glaube ich. Ja, dann wurde ja auch der Glow in Berlin, glaube ich, war es das letzte Mal, von Countries eine neue Collection mit Mickey Mouse vorgestellt. Und als ich das gesehen habe in den Glow Vlogs, habe ich gesagt, die brauche ich, die möchte ich, die will ich. Die Lidschattenpalette hatte ich mir auch angeguckt, aber ich habe die Entscheidung getroffen, da ich sehr, sehr viele Lidschattenpaletten den und letzten Monat eingekauft habe. Das heißt, die Norwina Palette, die Gingerbread Palette, die kleinen Too Faced Paletten. Dann hier oben das Set, was ich von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber es sind wirklich sehr, sehr viele Paletten eingezogen. Ich habe hier noch zwei, glaube ich, die ich euch dann noch zeigen kann. Und ja, es ist auf jeden Fall die Blush Palette geworden oder die Face Palette heißt sie. Das Design ist einfach nur ein absoluter Hingucker. Es ist so niedlich, mir gefällt es so, so gut. Einfach, weil es so schön schlicht ist, aber die Mickey Mouse ist so in diesem Gold. Gefällt mir einfach. Und man klappt die hier praktisch auf. Und hat dann den Blush, den Bronzer, dann hier so einen goldenen Highlighter und den Champagnerfarben-Highlighter, wo auch die Mickey Mouse eingestanzt ist. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich möchte die Mickey Mouse eigentlich gar nicht anfassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde sie noch ein bisschen unberührt lassen. Und irgendwann werde ich sie verwenden. Sie gefällt mir auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich freue mich, dass ich sie hier bei mir in meiner Sammlung begrüßen darf. Ja, es ist jetzt schon etwas länger her. Da hat mich Katharina angeschrieben vom Kanal Kalinka, wollte ich schon sagen, Dalinka. Ich verlinke euch den auch hier oben nochmal. Und zwar hat sie ein bisschen ihre Kosmetik-Sammlung aussortiert und festgestellt, sie braucht eine Palette nicht und mich gefragt, ob ich die gerne hätte, ob wir da was tauschen könnten. Und ja, da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Dann ist dieses Morphi-Palette. Es ist meine erste Morphi-Palette. Und es ist die Tee, nein, die 35 Tee, so nennt sie sich. Die kommt hier so daher. Und ich glaube, Katharina hat die wirklich fast gar nicht verwendet. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal verwendet. Sie gefällt mir richtig gut. Wenn man die Farben swatcht, ich swatche euch jetzt einfach mal. Die sind butterweich, also wirklich richtig toll. Das sind jetzt hier die Farben. Also so sehen die Farben hier aus. Richtig, richtig schön. Schöne Alltagsfarben vor allen Dingen. Also gefallen mir richtig gut. Was ich nur schade an der Palette finde, was ich beim Schminken halt festgestellt habe, was mir echt schwer fällt, ist, man schminkt sich und die Farben sehen ja ziemlich gleich aus und sie haben keine Namen, keine Bezeichnung. Und da kann schon mal passieren, dass man dann in den Bottich daneben greift oder in die falsche Farbe halt einfach. Was ich ein bisschen kompliziert finde. Aber sie ist wirklich richtig, richtig schön. Und ich muss sie mir echt mal jetzt rauslegen, damit ich auch mit der einfach mich für meinen Alltag, also für die Arbeit herrichten kann. Weil die Farben eignen sich dafür einfach mega gut. So, ein paar Goodies, die bei mir eingezogen sind durch diverse Bestellungen. Bestellungen ist hier einmal von Skin Island Solutions for Stressed Skin Brightening Eye Serum. Das ist diese hier. Da bin ich echt mal gespannt, wie die so ist. Dann von Too Faced, da hatte ich allerdings zwei Stück. Der Hangover Primer. Den habe ich schon einmal ausprobiert und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig gut. Also ein toller Primer, riecht richtig gut. Und ja, da könnte ich mir vorstellen, den auch in groß zu kaufen. Dann von Biotherm hier so eine kleine Probegröße von Blue Therapy. Natürliches Lifting aus den Tiefen des Atlantiks. Dann eine Fit Me Poreless Foundation in 120. Ist mir definitiv zu dunkel. Ich habe die 110. Und von Shiseido habe ich hier eine Probegröße. Und das sind vier verschiedene Farben. Von dieser neuen Visible Feels Invisible Gel Lipsticks. Also ich glaube, dass die neu sind. So kommt es daher. So kann man auf jeden Fall ausprobieren. Und das sind die Farben, die hier bei mir drin sind. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und das finde ich halt mal cool, wenn es solche Pröbchen dabei sind. Weil Shiseido ist ja auch nicht gerade günstig. Und so Lippenstiftproben finde ich echt cool. Weil man einfach mal was ausprobieren kann. Feststellen kann, ob einem die Formulierung gefällt oder auch nicht. Und ja, deswegen freue ich mich über solche Proben irgendwie am meisten. Ja, in einer Douglas Bestellung hatte ich mal eine Probe von einem Parfüm dabei. Und das ist bei mir jetzt endlich eingezogen. Weil mir hat der Duft so umgehauen. Ich fand ihn so toll. Und zwar ist es hier von Sadek und Voltaire. Girls Can Do Anything. Das ist diese Flasche hier. Da habe ich mir die, ich glaube, 50ml Flasche geholt. Und ich habe den auch echt schon gut benutzt, weil ich liebe diesen Duft. Der Flakon sieht so aus. Und man sieht jetzt hier schon, das war eigentlich bis oben hin voll. Also hier ist schon echt viel raus. Aber ich liebe diesen Duft. Der ist so schön warm und irgendwie auch frisch. Und ja, es ist halt einfach so ein Frauen- oder Mädchenduft. Mir gefällt der so unheimlich gut. Den kann man immer tragen. Und ja, ich trage den momentan täglich in der Arbeit. Ich liebe den einfach. So ein schöner Duft. Ich kann Düfte echt schlecht beschreiben. Schaut auf jeden Fall mal auf der Internetseite von Douglas vorbei oder irgendeiner anderen Parfümerie. Da steht es ja auch nochmal beschrieben, was die Herz, Kopf und ja, was auch immer Noten da drin sind. Aber ich finde, der Duft ist einfach so schön. Der gefällt mir so gut. Und deswegen liebe ich den. Ja, dann ist bei mir dieses schöne Stück hier eingezogen, die Blush Bar. Und zwar, weil mich schon immer der Hula-Bronzer zum einen gereizt hat. Genauso wie der Dandelion Blush und die anderen Blushes eigentlich auch. Ich trage den Blush Dandelion heute und den Hula-Bronzer trage ich auf den Wangen. Und ja, ich finde die Palette einfach nur mega schön. Und im Vergleich zu den einzelnen Blushes auf jeden Fall preislich natürlich ein Vorteil. So sieht der Karton aus. Ist auch richtig schön groß. Und so sieht das hier innen drin aus. Ja, der Pinsel, der hier dabei ist, mit dem habe ich schon versucht, hier Bronzer aufzutragen, mag ich nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, den kann man sich meiner Meinung nach sparen. Ich komme mit dem nicht zurecht. Und ja, den Hula-Bronzer und den Dandelion Blush habe ich auf jeden Fall schon verwendet. Den Rockateur habe ich auch schon einmal verwendet. Finde ich auch schön. Und ja, die anderen beiden noch nicht, weil ich einfach, ja, ich finde einfach die Prägung so schön. Und ja, das wäre schade, irgendwie die jetzt schon zu zerstören. Auch wenn das ein bisschen blöd klingt, aber ja, ihr kennt das wahrscheinlich. Und ja, mir gefällt es einfach so, so gut. Bin so froh, dass die bei mir eingezogen ist. Und ja, da habe ich echt schon lange überlegt. Also letztes Jahr auch schon. Und ja, jetzt ist es endlich soweit gewesen. Kommen wir zum nächsten Schmuckstück, was bei mir eingezogen ist. Und zwar ist es diese Palette hier. Es ist vom MAC aus der LE. Shiny Pretty Frings Face Compact Fair. So sieht die Verpackung aus. Also hier ist so ein Stoff drauf, der so mehrlagig irgendwie so übereinander ist. Schaut richtig cool aus. Hier das MAC Logo einfach nochmal. Und die Palette innen drinne. Hat auch einen Spiegel mit dabei. Und sieht dann so aus. So wunder, wunderschön. Es ist die hellere Variante. Die dunklere Variante von dieser Blushed Bronzer und Highlighter ist in Pink, glaube ich. Oder Rot. Bin jetzt nicht ganz sicher. Aber dunkel kommt für mich nicht in Frage für mein Hautton. Deswegen durfte es die helle hier sein. Und ja, sie ist so, so schön. Und auch hier möchte ich sie noch ein bisschen anschauen, bevor ich da wirklich so hundertprozentig reinfasse. Und ja, ich freue mich einfach, dass sie bei mir eingezogen ist. Und ich, ja. Ja, ich bin in letzter Zeit leicht eskaliert, was so ein paar Produkte angeht. Und ja, ähm, wir machen jetzt mal die Glossy Box Boxen. Ähm, ich habe ja auch die Barbo Box. Die habe ich allerdings, ähm, schon im Bad stehen die Sachen. Die teste ich momentan. Aber da bekomme ich auf jeden Fall Feedback, wenn ich sie aufgebraucht habe. Und ja, hier habe ich die Benefit Box. Finde ich auch richtig cool, dass die, ähm, so ein schönes Design hat. Also es ist wie so ein Köfferchen gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich mache jetzt mal auf. So sieht die übrigens hier von innen drin aus. Ich habe es nochmal so ein bisschen zusammengepackt, denn ich habe die Produkte auch schon verwendet. Ja, hier ist nochmal ein Blush drinne. Und zwar der California Blush in Mini. Und ich finde den auch so süß gemacht. Hier ist auch ein kleiner Pinsel dabei. Hier ist der Blush. Der ist noch zu. Den lasse ich auch zu. Denn ich habe den Blush schon auf kleine Kreise gestellt, weil ich habe den ja jetzt schon in der Blushbar. Und da brauche ich den nicht auch nochmal in der Mini-Version. Deswegen habe ich den zum Verkauf eingestellt. Da kann sich dann jemand anders drüber freuen. Dann war in der Box einmal dieses Produkt hier. Und das ist ein Brow Foo Conditioning Primer. Der stift sieht so aus. Und hier oben ist im Endeffekt so eine Mine. Und dann kann man sich den über die Augenbrauen geben. Und hat dann praktisch ein Primer, dass die Produkte, die man danach aufträgt, besser haften, besser halten und länger halten. Und ja, ich habe es noch nicht ausprobiert. Bin aber auch mal gespannt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich kann es mir aktuell noch nicht vorstellen. Es ist ja auch nicht gerade günstig. Von Benefit hier, von Benefit in der Benefit-Box, na klar, ist hier ein Double the Lip. Das ist ein Lipstift. Den habe ich auch schon mal aufgetragen. Der kommt so daher. Hat einmal so einen oberen Teil, der ist etwas dunkler und dann nochmal so einen helleren Teil. Ich swatche euch den jetzt mal. Der sieht so aus. Richtig schöne Farbe, gefällt mir richtig gut. Und ja, das ist eine Probegröße. Das ist keine Full Size Größe. Finde ich aber optimal. Also das reicht vollkommen aus, weil, ja, wie oft braucht man wirklich einen Lippenstift auf? Hat auch eine ordentliche Größe, also da kann man sich nicht beklagen, sage ich mal. Ja, finde ich cool und reicht meiner Meinung nach auch vollkommen aus. Ja, dann haben wir hier einmal den klassischen Deporefessional Pore Primer drin. Den habe ich auch schon in Verwendung, auch in dieser kleineren Größe. Und den mag ich echt gerne. Gerade für den Bereich um die Nase rum. Hier die Wangen, da habe ich etwas größere Poren. Da hält es halt einfach nochmal, weil es auffüllt und nochmal besser aussieht. Und dann habe ich hier nochmal drin den Deporefessional Pore Primer. Den habe ich auch schon ausprobiert. Und ich muss sagen, den finde ich für meine trockene Haut nochmal eine Spur besser als Deporefessional, weil er bringt nochmal so ein bisschen Glanz rein, nochmal so ein bisschen Tiefe. Gefällt mir echt gut. Und ja, aber die Produkte finde ich alle beide super. Ja, und dann haben wir noch ein Full Size Produkt in dieser Box drinnen. Genau, das ist die Batgirl Bang Mascar. Und ja, die habe ich auch in einer Probegröße. Hier einmal. Und da muss ich echt sagen, da ist sehr, sehr viel Produkt auf der Bürste. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal die Wimpern fast versaut, weil einfach so viel Produkt an dieser Bürste haftet. und man dann wirklich richtig fette Fliegenbeine hat. Also ich mag ja schon so ein bisschen diese verklumpteren, dickeren Wimpern. Aber das ist eine Spur zu viel. Ich habe die Probegröße jetzt auch schon ein paar Mal so einfach offen stehen lassen, dass sie ein bisschen antrocknet. Und werde die dann auf jeden Fall nochmal testen. Aber da muss ich sagen, wenn die Originalgröße besser ist, wäre super. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich, ich glaube, 27 Euro einfach zu teuer dafür, für ein Produkt, was nicht auf Anhieb funktioniert. Also wenn ein Produkt so viel kostet, dann muss es meiner Meinung nach auf Anhieb funktionieren. Genau das machen, was es machen soll. Und ja, und wenn es das nicht tut, dann ist es meiner Meinung nach nicht das Geld wert. Aber auch hier werde ich euch einfach nochmal berichten, wenn ich die große in Verwendung habe. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ja Leute, wir sind immer noch nicht am Ende. Es kommt noch eine Box von Glossy Box. Das ist diese hier. Das ist die November Box. Ja, das ist die November Box. Die Dezember Box liegt schon in der Packstation. Die wird heute Abend abgeholt. Und ja, die packe ich vielleicht auch nochmal mit euch aus. Genau, Make-A-Wish. Das ist hier das Motto der November Box. Ich habe die auch schon ausgepackt gehabt. So sah der Inhalt der Box von mir aus. Wir haben hier drinnen einmal ein Catrice Peel of Glam Easy to Remove Effekt Nail Lack. Da muss ich sagen, habe ich bis jetzt nie gekauft, weil ich der Meinung bin, wenn der sich abpeelen lässt, dann hält der ja auch nicht lange. Weil sobald ich irgendwo hängen bleibe, peelt sich der ja ab. Da weiß ich noch nicht so ganz, was ich davon halte. Dann haben wir von Lancaster ein Micellar Refreshing Cleansing Chalet. Genau, Erfrischungs-Mizellenreinigungsgel im Endeffekt. Das sieht so aus. Ist eine Probegröße von Ja, das sieht so aus. Das sieht man hier. Jetzt hat es so zwei Phasen. Und ja, das muss man dann natürlich schütteln. Schaut irgendwie sehr, sehr cool aus, diese Kügelchen, die sich dann bilden. Und ja, werde ich auf jeden Fall testen. Von Helene Fischer war That's Me eine Parfümprobe drin. Dann habe ich hier von Icona ein Produkt drin. Das war eine, das war ein, ich glaube Lipbalm war das, genau. Ein eingefärmter Lipbalm. Der sieht so aus. Ja, endet natürlich einer MAC-Verpackung sehr. Ich habe im ersten Moment gedacht so, wow, da ist ein MAC-Lippenstift drin. Ah nein, es sieht nur so aus. Und das ist aber wirklich ein hochwertiges Produkt. Und ich wollte schon lange, lange wollte ich mir schon einen kaufen. Aber ich konnte mich noch nie für eine Farbe entscheiden. Und ja, jetzt ist ein Produkt hier drinnen. Und zwar ist es der Huda Beauty Liquid Mud in der Farbe Girlfriend. Riecht auch sehr, sehr süß. Und das ist hier so ein Braun. Muss ich jetzt sagen, die Farbe finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool. Hätte ich mir irgendwie etwas Nudigeres gewünscht. Was nicht so in den Braunton geht. Aber ich werde es testen. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob die Liquid Lipsticks hier von Huda Beauty so gut sind, wie immer alle sagen oder wie immer alle schwärmen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ja, kommen wir zur letzten Box. Und ja, ich habe bei Sephora bestellt. Und ja, man kann sich bei Sephora kostenlos eine Geschenkverpackung dazu bestellen. Das ist echt eine hochwertige Box. Also die Größe kann man sich nicht aussuchen. Es kommt halt darauf an, was man bestellt und was vorrätig ist. Aber man kann sie im klassischen Schwarz-Weiß bestellen. Ich habe mich jetzt hier für dieses Rot entschieden. Und also mal ganz im Ernst, das ist eine richtig hochwertige, schöne Box. Gefällt mir richtig gut. Und ja, ich habe ein paar tolle Schätze bei Sephora bestellt. Und ich würde jetzt sagen, wir starten jetzt mal mit den Goodies, die dabei waren. Und zwar zum einen war hier dieses Ringlicht dabei. Das gab es gratis. Kann man halt hier in so drei Stufen aufs Handy draufklipsen. Und dann hat man das perfekte Selfie-Licht. Es war eine Mascara dabei. Die trage ich auch heute. Und die finde ich richtig, richtig gut. Was ich gerade auch schon bei der Benefit-Mascara gesagt habe. Man erwartet von der Mascara einfach, dass sie funktioniert, wenn ich sie aufmache. Und das tut diese hier. Also wir haben hier ein richtig schönes Gummibürstchen dabei. Die trennt die Wimpern. Die füllt die Wimpern auf. Sie gibt Länge. Und ja, gefällt mir richtig gut. Finde ich jetzt schon besser als die Bad Girl Bang Mascara. Noch ein Goodie, was dabei war, was ich auch schon auf den Augen trage. Ist hier die Huda Beauty Topaz Obsession Palette. Die gab es gratis dazu. Ab einem Einkaufswert von 100 Euro. Die anderen Produkte waren nicht an einen Einkaufswert gebündelt. Und die sieht so aus. Richtig, richtig schöne Farben. Und die Qualität ist echt mega gut. Und ja, mir gefällt auch der Look damit sehr, sehr, sehr gut. Ich denke, ich werde mir hier noch die grüne und die blaue Palette holen, weil die interessieren mich doch schon sehr, weil es mal was anderes ist. Und die Qualität von den Lidschatten ist wirklich richtig gut. Und da bin ich echt schon jetzt am überlegen, ob ich mir die Nude Palette holen soll oder nicht. Aber da bin ich noch ein bisschen am Hadern mit mir, weil es doch sehr, 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 sehr viel Gött ist. Aber die gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Dann eine Palette, mit der ich heute eigentlich angefangen habe, mich zu schminken. Aber irgendwie bin ich mit der noch nicht warm geworden. Und zwar ist es hier diese Becker, oder Volcano Goddess Palette. Die ist richtig schön. Also die gefällt mir wirklich gut. Und ja, ich finde es ein bisschen schade, weil vom Swatchen her war die echt mega gut. Gut, ich weiß nicht, ich will euch nicht blenden. So sieht die Palette aus. Richtig, richtig schöne Farben. Und das Gold ist geswatcht, mega schön, aber auch mega glitzerig. Und ich muss mit der wirklich noch ein bisschen rum experimentieren. Ich zeige euch jetzt gleich mal die Farben. Also so sehen die Farben hier aus. Echt schön. Und auf dem Swatch gefällt mir die auch richtig, richtig gut. Und ja, aber mit den Pinseln aufs Auge getragen. Ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen rum experimentieren. Ich glaube nicht, dass sie schlecht ist. Ja. Aber ich habe sie mir echt wieder abgeschminkt, weil es mir nicht gefallen hat. Es hat sich nicht schön verblenden lassen irgendwie. Diese Schimmerlidschatten haben sich nicht schön verblenden lassen. Und ja, ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Und deswegen habe ich sie mir abgeschminkt und dann die Huda Beauty verwendet. Und ja. Aber ich probiere es und irgendwie werde ich mit der zu einem Ergebnis kommen. Aber sie hat mich jetzt auf dem ersten Ausprobieren auf dem Auge nicht gecatcht. Also da gibt es mit Sicherheit bessere. Also was heißt mit Sicherheit? Es gibt bessere. Kommen wir zum nächsten Produkt, was ich auch schon auf den Lippen trage. Allerdings mit einem Lip Liner darunter. Und zwar ist es ein Lip Gloss von Fenty Beauty. Die Gloss Bomb. Sieht so aus. Und das ist die Farbe Fuzzy. Der sieht so aus. Finde ich auch richtig schön vom Design her. Der Duft, das riecht so süß nach Zucker und fruchtig und lecker einfach. Und ich finde der Lip Gloss macht ein richtig, richtig schönes, gepflegtes, eine gepflegte Lippe. Und ja. Er klebt auch nicht. Also da gibt es andere Lip Gloss, die kleben wie sonst was. Aber der klebt nicht. Der ist schön. Der gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, bis jetzt habe ich auch nur Gutes über den gehört. Und ja. Deswegen durfte der einziehen. Bei mir ist auch ein Produkt von Charlotte Tilbury eingezogen. Und zwar der Hollywood Flawless Filter. Der sieht so aus. Den trage ich auch heute schon. Ich habe da drüber die MAC Studio Fix Foundation. Und ich finde, er kommt auf jeden Fall durch. Das Hautbild schaut sehr, sehr gesund, sehr strahlend aus. Es ebnet so die Unebenheiten ein bisschen aus. Finde ich richtig toll. Und da gibt es ja auch verschiedene Farben. Und ich habe mir die hellste genommen. Und so sieht das Produkt aus. Da sind drinne 30 Milliliter. Und den nehmt ihr im Endeffekt mit so einem Stift auf. Und gebt euch den dann praktisch auf die Haut. Und der sieht so aus. Ich verblende den jetzt mal ein bisschen. Er ist sehr dick, cremig. Also jetzt nicht so irgendwie so eine gelige Konsistenz. Ja. So sieht er dann verblendet aus. Und ja. Ich habe mir das Gesicht mit dem Primer eingecremt. Mehr oder weniger. Und das Gesicht sah gleich viel strahlender aus. Wache aus. Also ich glaube, den kann man auch wirklich solo richtig schön tragen. Also da probiere ich auf jeden Fall mal aus, vielleicht den solo zu tragen. Nur mit ein bisschen Puder abzupudern. Und ja. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Und bin vom ersten Eindruck auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und dann kommen wir zum letzten Produkt für diesen Haul. Und dann haben wir es geschafft. Es ist von Too Faced ein Highlighter. Und zwar der Love Light Blinded by the Light Highlighter. Den habe ich mir auch schon so lange angeguckt. Immer wieder. Auch wenn ich im Sephora war. Habe ich mir den angeguckt. Und dann doch wieder nicht mitgenommen. Und jetzt habe ich mir gedacht, damit ich auf den Bestellwert von den 100 Euro komme, nehme ich mir den noch mit. Und der sieht so aus. Also die richtig schöne Herzverpackung. Und mich erinnert der immer so an Sailor Moon. Kennt ihr das noch? Sailor Moon. Der Mondstein fliegt und siegt. So erinnert mich der dran, wo sie den doch dann hier vorne irgendwie hatte. Ja. Nur mal so am Rande. So sieht der aus. Und auch den trage ich heute. Und es ist ein wirklich schöner Highlighter. Ein so schöner Highlighter. Schön kühl. Für mich halt optimal. Wo swatche ich den denn jetzt hin? Ja. So ein schöner Highlighter. Kein grober Glitzer, der da drin ist. Einen richtig, richtig schönen Schimmer, wie ich finde. Und ja, gefällt mir richtig gut. Und ich bin so froh, dass ich mir den mitgenommen habe, dass der endlich bei mir eingezogen ist. Ich glaube, der und der Hatice Schmidt Backup Highlighter ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 1. Die teilen sich, glaube ich, jetzt schon einen Platz. Ähm, ja. Ja, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle das Video, damit es nicht noch länger wird. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr irgendeines der Produkte schon habt. Wenn ihr das schon länger habt, schreibt mir mal rein. Wie sind eure Erfahrungen damit? Wie kommt ihr damit zurecht? Ist es für euch ein Top? Ist es für euch vielleicht ein Flop? Wenn ja, warum? Was kann man anders machen? Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt auf jeden Fall dran. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss! Tschüss! Tschüss!